Hey ho Leute, ich bin wieder euer Gamer HDXD und ja, ich hab ein HDXD dran und kein HDXD. So, ich soll euch vielleicht eine Pause machen. Vielleicht, vielleicht. Ja, komm Melode oder? Komm Salat, Mann. Hier kommt Salat, der Nerv. Au, au. Nice. Ach so, ein Cracker L.P. ist auch ein Clare von diesem Game. Ich bin mir auch noch besser als ich. Ich bin voll der Nubler drin, ey. Ja, und ich bringe mal da dran, wenn ich bin, finde ich besser. Oh, oh, oh. Komm, Spaß, wir wollen es sein. Ko, 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 wo. Wuuuuh. Ein geholt, yippie. Apfel. Leute da draußen, ja. Wendy Smith ist ein Apfel. Lol. Das ist schön sein. Ach, Leute. das ist viel spannender als mein ladenteil ja wollte ich noch mal sagen und es macht auch viel bespannend ich schaue denn er macht richten billet die Welt ein Wohl erlaubt er hat sich aber das ist nicht die Erweiterung so dass er wieder alt wieder abgekackt und dann ist die Lärm der Leiter der Lärm die lieben die abgörenden die er in den Zettel der Elbyschen gesagt hat er